Hallo und herzlich willkommen Freunde beim Update für den besten Bild für den Totenbeschwörer in Season 13. Für die, die es noch nicht genug davon haben, es ist weiterhin der Autolenser mit dem Seuchenset. Und wenn man den mal ein paar Stündchen gespielt hat, möchte ich euch gerne noch den ein oder anderen Tipp mit auf den Weg geben. Und zwar mal den Unterschied Autolenser in der Speed-Variante, was ihr hier so braucht, worauf ihr hier Wert legt. Und natürlich den Autolenser dann in der Solo-Push-Variante, wenn ihr mal so in den Rift 100, 110, 115 in diese Richtung wollt. Also mit dem Necro geht es auch verhältnismäßig, wenn man noch nicht ganz so viel Paragon hat, ist es durchaus auch möglich. Aber man muss da auf ein paar Sachen aufpassen. Hier gleich mal das Wichtigste, die Offhand. Ihr seht schon, wir haben hier unterschiedliche Offhands, einmal mit Crit, einmal ohne. Denn das Entscheidende ist, der Autolenser spielt mit Kadaverlanze. Und wenn wir den Kadaverlanze im Speed-Bild spielen, nutzen wir hier die Seuchen-Rune, also dieses Giftige, wo hier die Kadaverlanze runtersplittert. Wenn wir es aber in der Push-Skillung spielen, also in den ganz hohen Rift, dann nutzen wir hier die Frost-Rune. Und der Unterschied liegt dann einfach beim Gear, weil wenn wir uns jetzt das Ganze hier mal ansehen, mit einem Crit-Wert, was haben wir hier, 57% in der Speed-Variante, wo man praktisch mit Gift spielt, wo das Ganze runtersplittert. Und jetzt umgelegt auf die Push-Variante, da droppen wir leicht, unter Anführungszeichen, leicht von unserer kritischen Trefferwertung auf, hier so 25 bis 27% rum. Denn die ganzen Crit-Werte sind hier runtergerollt. Also zum Beispiel sieht man es auch bei der Windrose ganz gut, dass hier die Werte einfach weg sind. Arm, Schienen, Kopf, überall Crit weggerollt. Das liegt eben einfach daran, dass die Kadaverlanze den Crit liefert, wenn wir die Gegner selbst attackieren. Darauf müssen wir natürlich beim Spielen Rücksicht nehmen, wenn wir damit durch einen hohen Rift gehen, wie es im Hintergrund gezeigt wird, zum Beispiel mal bei so einem 100er Rift, worauf ihr hier achtet. Also der ein oder anderen, dem gefällt dieses Autolenser-Bild, die Spiele nicht in den hohen Rift, weil wir ja praktisch immer so 90 Sekunden warten, bis alle Cooldowns ready sind, die Cooldowns aktivieren, in dieser Zeit einfach alles töten und dann wieder von vorne. Und das Wichtige ist jetzt hierbei, auch basierend auf der Rune, basierend darauf, dass wir einen Elemental Ring nutzen, ziehen wir das Ganze schon in der Giftphase, denn die Frostphase macht hier dann einfach noch mehr Schaden. Und wir wollen natürlich, wenn dieses 4-Sekunden-Zeitfenster der Frostphase kommt, dann möchten wir natürlich schon den Crit und alles gestackt haben. Das bedeutet also, dass wir natürlich eine volle Crit Chance auf den Gegner haben, dass wir darauf fahren. Und jetzt auch noch ein ganz wichtiger Hinweis, ihr habt es vorhin gesehen, es gibt auch die ein oder anderen Elite-Packs, die ihr möglicherweise lieber auslatzt, unter anderem Brecher-Juggernaut, das wollt ihr natürlich auslassen, denn hier macht ihr einfach viel, viel weniger Schaden drauf. Und in den hohen Rift ist das dann einfach eine reine Zeitverschwendung, diese Packs zu machen. Also wenn es noch nicht ganz so hoch ist und das Gear natürlich dementsprechend gut ist, bietet es sich an, das Ganze mitzumachen. Aber wenn ihr im Pushen seid, also wenn ihr wirklich versucht, hier einen neuen Rekord zu holen, dann müsstet ihr einfach auslassen, das Map-Fishing und so, das kommt sowieso ohnehin auch nochmal zusätzlich dazu. Aber das war hier mal die wichtige Information, eben das, dass ein Gear davon dementsprechend abweicht, dass wenn ihr mit Frost spielt, auf kritische Treffer-Chance verzichtet, dafür aber defensive Stats einpacken könnt, dass ihr verzichtet natürlich nicht auf die anderen wichtigen Damage-Stats, aber ihr habt dann eben hier nochmal mehr Rüstung, vielleicht ein bisschen mehr Vita und das macht einen erheblichen Unterschied, vor allem, wenn ihr dann in die hohen Rifts euer Glück probiert. So, und dann sind wir eh perfekterweise beim Roof Guardian angekommen. Wie ihr seht, haben wir die Cooldowns gerade nicht ready, das bedeutet, also wir müssen jetzt ein bisschen hier die einzelnen Sachen ausweichen in Einschlägen und einfach abwarten, dass unsere Cooldowns ready werden. Der enorme Vorteil beim Negro ist, dass der Roof Guardian genau wie so ein anderes Elite-Bag einfach keine wirkliche Bedrohung darstellt, weil der Damage so enorm ist, dass er den ohnehin einfach in einem Cooldown wegmäht und das Ganze sicherlich bis 110 oder wenn nicht sogar 115. Ihr seht schon, wir zünden alles, starten in der Gift-Phase, kommen in die Frost-Phase und in den ersten paar Sekunden der Frost-Phase stirbt er. Wir nehmen das Ganze nochmal hier ein bisschen in Zeitlupe, also 50% Speed, damit ihr eben die Hits seht. Wir nehmen nochmal unser Altern mit rein für die geschenkte Zeit. Das gibt hier noch ein bisschen CD-Air, damit die Cooldowns schneller ready werden. Wir sehen, der Cooldown wird jetzt langsam ready. Das bedeutet, wir schauen jetzt, wo werden wir uns hin positionieren, wie sieht es aus, zünden alles in der Gift-Phase, weil wir wollen natürlich, dass sich hier der Crit hochstackt und dann beginnt hier das Sperrfeuer der Kadaver-Lanze. Und ihr seht schon die Zahlen, die hier einschlägen, ja, hunderte, tausende Milliarden und der Mob ist einfach weg. Also Roof Guardian überhaupt kein Thema. So, jetzt mal hier raus in die Speed-Variante, denn das Ganze ist natürlich nicht nur zum Pushen gut, sondern eben auch, um damit Keys zu farmen oder 70er, 75er Solo-Speed-Rifts zu machen, wie ihr es im Hintergrund seht, mit der Autolanzer-Skillung. Jetzt haben wir das Geber wieder getauscht, dass wir Crit und so weiter dabei haben, weil das natürlich wichtig ist, weil wir nicht mehr mit der Frost-Rune spielen, sondern eben, wie schon gesagt, mit der Gift-Rune, Querschläger. Das tötet einfach wesentlich mehr Trash, der hier rumläuft und das macht sowieso mehr als genug Schaden. Also haben wir hier überhaupt kein Problem, speedig durch den Rift zu kommen. Und auch hier möchte der Rift Guardian wieder mal sein Glück probieren. Das Ganze ist natürlich, wie auch schon in den ganz hohen Rifts hier, überhaupt kein Thema, weil der Damage einfach wirklich hoch ist. Also diese Kadaver-Lanze ist auch mal definitiv etwas, was vielleicht in den kommenden Patches mal ein bisschen genervt gehört, weil der Schadens-Output einfach enorm ist. Ja Freunde, das war es mal soweit. Wie gesagt, das ist nur ein Update-Video. Die einzelnen Skillungen, also welche Items ihr braucht, Biss-Liste, gibt es alles. Im Link hatten wir schon in Season 12. Wichtig war eben nur die Information. Über 50% CDR solltet ihr auf jeden Fall haben. Und eben bei Speed oder Solo-Push das Ganze zu variieren, weil es einen unglaublich wichtigen Unterschied macht, alleine von der Zähigkeit her und von dem Speed, den ihr da so rausholt. Für wen das Ganze nichts ist, auf der linken Seite ist die Playlist. Da haben wir noch diverse andere Skillungen, zum Beispiel den Lazy Storm oder den allzeit beliebten Rotma Speed. Riskiert doch mal ein Blickchen. Und jetzt wären wir hier am Ende. Und ich wünsche euch natürlich wie immer viel Glück, viel Spaß und viel Erfolg in Season 13.